Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks! Und ja, ich mache ein kleines Video, wo ich so ein bisschen ein Update gebe, über welche Spiele ich mich gerade informiere, die jetzt auf das Spiel neu rauskommen. Vielleicht auch halt die Spiele, die ich versuche, vor das Spiel noch zu bekommen, um sie euch näher vorzustellen, weil ich halt von denen gelesen habe oder so, wo ich denke, diese Spiele werden mir sehr viel Spaß machen. Und ich dachte einfach mal, ich teile euch das Ganze mit. Viele andere machen das ja auch gerade so ein bisschen, so als Status-Update. Und deshalb mache ich das Ganze mal. Walli informiert sich gerade nicht so viel über die Spiele. Ich mache das alles gerade so, Walli will sich auf das Spiel so ein bisschen berauschen lassen in unseren Videotipps für die Spiele. Könnt ihr erfahren, wieso. Und darum soll es jetzt aber nicht gehen. Wir fangen nämlich direkt an und zwar mit dem ersten Spiel, das ich jetzt hier drauf habe. Und zwar ist das Black Angel, was bei Asmodee erscheinen wird auf Deutsch. Und zwar, wieso ich jetzt auf Black Angel mich so freue, ist, weil es halt von Solenia diesen Scroll-Mechanismus übernimmt und das Ganze auch noch etwas höher geht. Ja, Solenia war für mich etwas zu wenig als Spiel. Und hier hat man noch ein bisschen mehr, ja, Dice Rolling ist noch dabei. Und es hat dieses Science-Fiction-Thema und ich finde das Cover auch sehr cool und den Namen Black Angel. Und ich erhoffe mir dadurch, dass es ein thematisches Strategiespiel wird. Hat sogar einen Solo-Modus, sehe ich gerade. Und da bin ich halt sehr gespannt drauf. Wie immer gilt für alle Spiele, es kann auch sein, dass die Spiele total schlecht sind. Das sind einfach die Spiele, auf die ich mich freue, die ich auch versuche, vor der Spiele euch vorzustellen. Falls ich sie kriege und sie einen Flop sind, dann werdet ihr es hier erfahren. Dann habe ich Katar einen Sternfahrer auf der Liste. Und zwar, weil ich, ich habe es noch nie gespielt. Es ist so ein Klassiker. Vali hat ihn damals gespielt und nicht, da war sie noch zu jung, hat sie es nicht ganz verstanden. Und alleine deshalb, weil Vali dieses traumatische Erlebnis hat, wie sie da stundenlang mit Herbert saß, alleine deswegen will ich Katar einen Sternfahrer schon spielen. Dann City Skylines, Katar einen Sternfahrer natürlich bei Cosmos. City Skylines wird auch bei Cosmos erscheinen. Er kommt von dem Rustan Hackerson, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, der hat zum Beispiel Tribes gemacht. Ja, Tribes, ne? Ja. Genau. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und City Skylines hoffe ich, dass er das auch sehr gut umsetzt. Es ist so ein Städtebauspiel, es ist eine Computerspielumsetzung. Deshalb denke ich mal, werden die sich dort auch sehr viel Mühe geben. Und das ist halt von Cosmos. Die machen das in der Regel sehr gut, dass man ein schönes, familienseichtes Kennerspiel hat. Dann Clonk Legacy. Clank Legacy, ich weiß jetzt nicht, wie das mit Schwerkraft aussieht, ob das auf Deutsch kommen wird. Ich habe jetzt bei mir erstmal nur die englische Version hier stehen. Und ja, ich mag halt Clonk und bin gespannt, wie sie dort das Legacy umsetzen. Ich bin aber auch ein bisschen skeptisch. Wenn ich jetzt das als Rezensionsexemplar kriege, werde ich es euch vorstellen. Aber ich würde es mir jetzt nicht kaufen, weil ich bin mir zu unsicher, dass das schlecht werden kann. Ja, wie viele Legacy-Spiele eigentlich alle schlecht waren, außer Pandemic, finde ich persönlich. Und Gloomhaven ist für mich jetzt kein Dingens. So, dann habe ich Dinosaurier Island. Das haben wir noch nicht gespielt. Das gab es ja bis jetzt noch auf Englisch, kommt jetzt auf Deutsch bei Feuerland. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich mag das Dinosaurier-Thema und ich finde das Cover sehr cool. Einige kritisieren ja, dass es so bunt ist. Ich finde es im Gegenteil sehr cool, so dieses 80er-Style-mäßige und Jurassic Park-Thema. Deshalb freue ich mich da sehr drauf und ich habe ja auch bis jetzt nur Gutes gehört. Ich finde nur krass, dass es 70 Euro kostet. So, dann Exit. Ja, davon gibt es zwei neue dieses Jahr. Die Flut ins Ungewisse und der Raub in den Mississippi. Das werden wir mit Walli spielen, da bin ich gespannt drauf. Dann habe ich noch Faultier von 2F-Spiele. Das ist so ein Rennspiel mit Tieren, mit den Faultieren. Ich habe so ein kleines Preview gesehen. Das ist so ein leichtes Spiel. Aber ich, falls ihr das gemerkt habt, ich mag Rennspiele irgendwie total und finde die super spannend. Und deshalb bin ich gespannt, was 2F dieses Jahr so auf den Tisch zaubert. Dann habe ich First Contact, das wird bei Hoch erscheinen. Und da kann ich euch sagen, ich werde es höchstwahrscheinlich schon vor dem Spiel schaffen, das vorzustellen. Es ist ein Partyspiel mit Wörtern-Dingens, so mit Wörtern benutzen und alles. Und sehr viel weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass es bei Hoch kommt und ein Partyspiel ist. Und fast alle Partyspiele von Hoch haben mir sehr viel Spaß gemacht. Zuletzt Soundcheck, das spiele ich immer noch. So, dann haben wir noch Imperial Settlers, Empires of the North. Das habe ich ja schon auf meiner Gen Con-Liste gehabt. Das wird jetzt auch auf Deutsch bei Pegasus erscheinen. Und da habe ich halt sehr gute Rezensionen gelesen. Ich habe mich auch ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt. Und weil ich Fifty First States sehr mag und Imperial Settlers auch, erhoffe ich mir halt von Empires of the North, dass das ein sehr gutes Spiel wird. Und so wie die Reviews sind, ist dem auch so. Ishtar Garden of Babylon kommt bei Yellow. Und ist von Bruno Catalla. Und es soll wieder ein Bruno Catalla-Spiel sein, das etwas mehr an Kenner gerichtet ist. Das jetzt nicht so ein leichtes Spiel ist, so wie King Domino oder so. Sondern wieder etwas mehr. Und Five Tribes war ja ein richtig klasse Spiel oder ist. Und ich hoffe mir, dass Ishtar dort irgendwie rankommt. Auch von der Komplexität und Wiederspielwert. Deshalb bin ich da sehr gespannt drauf. Letterjam wird bei Czech Games Edition kommen. Ob das jetzt auf Deutsch kommt, wann das jetzt auf Deutsch kommt, das weiß ich leider noch nicht. Bei Wörtern-Spielern ist das natürlich wichtig. Ja, was machen wir in dem Spiel? Wir spielen kooperativ so ein Wortspiel, wo wir unsere Buchstaben herausfinden müssen. Und das Wort finde ich ist sehr cool gemacht. Ist ein bisschen für die, die wenig Wortspiele spielen wie mich, ein bisschen anstrengend. Da braucht man ein bisschen Hilfe. Also man hat mir kurz geholfen. Da muss man am Anfang auch ein Wort ausdenken. Da war dann meine Kreativität schon fast am Ende in Sachen Wörter. Und deshalb Letterjam, denke ich mal, wird ein sehr, sehr gehyptes Spiel sein auf das Spiel. Und wird allen Wortliebhabern sehr viel Spaß machen. So, Look Up a Roleplayer Tale ist von den Machern von Roleplayer, vom selben Verlag, im selben Universum. Ich habe mich gar nicht so viel darüber informiert. Ich habe einfach nur davon gehört und habe es dann direkt auf meine Liste gepackt, dass ich das unbedingt haben möchte. Habe das preordert für das Spiel und werde mir das dann da abholen. Genauso wie das Roland Wright von dem Roleplayer-Universum. Der Verlag ist Thunderstone Games. So, dann Machi Koro Legacy. Ja, ich und Wally mögen Machi Koro sehr, Legacy wieder etwas skeptisch. Aber ich habe schon gehört, dass es eher so Kampagnen-mäßig ist. Und wenn man dann durch ist, hat man einen Machi Koro mit vielen Karten. Ja, und das finde ich cool, weil mehr Karten für Machi Koro sind immer gut. Ja, und es ist nach wie vor in dem Sinne das beste Spiel für uns. So, Marakaibo. Das, äh, Kalbo oder Kaibo? Ja, doch, Kaibo. Das kommt bei DLP Games. Und das ist ein neues Spiel von Alexander Pfister. Muss ich eigentlich noch mehr sagen. Ich mag die Spiele von Alexander Pfister sehr. Ja, zuletzt auch Blackout. Hongkong hat mir sehr viel Spaß gemacht. Leider in meiner Gruppe fanden alle das Design nicht so schön. Deswegen ist es dann nicht mehr auf den Tisch gekommen. Aber ich hatte da spielerisch richtig viel Spaß. Und freue mich auf das nächste Spiel jetzt von Alexander Pfister. So, Mega City Oceana. Das ist, äh, das haben wir auch schon gesehen auf dem Asmodee-Presse-Event von Hub Games. Ob das jetzt auf Deutsch kommt? Irgendwie, Asmodee hat noch sehr wenig angekündigt, was sie jetzt zu Spiel schaffen werden. Vielleicht werden wir einige Spiele dann erst zu Weihnachten oder so sehen. Ähm, und das ist so ein Aufbauspiel, aber mit Geschick. Und das sieht ziemlich cool aus und sehr, sehr schön. Und ich hoffe mal, spielerisch überzeugt das auch. Aber von allen, die das gespielt haben, die waren auch alle sehr begeistert. So, und das kostet nur 55 Euro im Vergleich zu dem Dinosaurier Island. So, Mystery House Adventure in a Box kommt bei Cranio Creation. Und da wird so eine Box sein und wir müssen so Exit-mäßig was lösen. Man kann auch in die Box so reingucken, so dreidimensional mäßig. Ist sehr interessant gemacht. Da bin ich sehr gespannt drauf, was das wird. Ja, Cranio Creation hat ja auch zum Beispiel Tale of Pirates gemacht. Was auch so experimentiert hat und auch sehr viel Spaß gemacht hat. Deshalb freue ich mich da auch auf Mystery House. So, Nancy Narky, das ist von Martin Wallace. Das Spiel gab es schon mal, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist jetzt so ein Remaster. So ähnlich wie bei Brass. Und, ähm, ja, mehr muss ich ja eigentlich nicht sagen. Martin Wallace macht Hammerspiele, Remastered. Und wenn das gut gemacht wird, dann freue ich mich da sehr, sehr drauf. Ist von Falnex. Okay. So, Newdale erscheint bei Lookout. Dazu habe ich jetzt auch noch nichts weiter gehört. Außer, dass es von Alexander Pfister ist. Und, ja, deshalb kann ich euch dazu auch nicht mehr sagen. So, dann erscheint noch Paladine des Westfrankenreichs. Ja, Architekten hat mir sehr viel Spaß gemacht. Paladine soll wohl etwas komplexer sein. Aber ich freue mich sehr drauf. Dann kommt Nochmal so gut von Schmidtspiele, von Inka und Markus Brandt, von Nochmal. Jetzt wohl etwas mehr Nochmal so gut. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil so Spiele im Schwimmbad und so, da ist nochmal, finde ich, ein sehr schönes Roll and Ride. Da bin ich gespannt, was das Schmidtspiele jetzt draus macht. Point Salad, das kommt bei AEG raus und ist so ein leichtes Kartenspiel. Kostet auch nur 10 Euro. Das werde ich mir höchstwahrscheinlich einfach blind kaufen. Ist jetzt nicht so teuer und ich habe bis jetzt nur Gutes davon gehört. Aber ich kann euch nicht mehr zusammenfassen, was... Sind doch irgendwie mehr Spiele auf der Liste, als ich dachte. Wallis Plan, wenig mitzunehmen, wird schwer. Revers of Midgard. Das ist von Champions of Midgard der Nachfolger. Der kommt auf Deutsch und auf Englisch. Ich schaue mal, ob die englische Version vorher rauskommt, dass ich die vielleicht euch schon vorstellen kann. Vorher. Ja, zum Beispiel Run, Fight or Die habe ich euch vorgestellt, auch von dem Verlag. Und Revers of Midgard ist auch von dem Verlag in dem Universum von Champions of Midgard. Wikinger Mythologie. Da bin ich sehr gespannt drauf. Soll wohl sehr Hero-lastig sein, ein bisschen weniger Army-Trash. Das ist ja auch, was viele sich bei Champions of Midgard vielleicht gewünscht haben, dass weniger mit Würfeln ist und so. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich finde, das Cover sieht schon sehr, sehr cool aus. Raw for the Galaxy, die große Konkurrenz. Das ist die neue Raw for the Galaxy-Erweiterung, die wohl auch ordentlich kosten wird. 70 Euro. Und enthält drei Expansions, wo eine davon auch so sein wird, wie bei Diceforge, dass man die Würfel so machen kann. Und ich mag Raw for the Galaxy sehr. Ich bin gespannt, wie die Erweiterung ist, ob sie Raw for the Galaxy dann noch mehr auf den Tisch bringen wird oder ob das eher so eine Meh-Erweiterung ist, die dann irgendwie zu viel bringt. Aber sind wir mal gespannt. Raw Player, Monster & Minions. Um Raw Player auf Deutsch dann auch vollständig zu haben mit dieser Monster & Minions-Erweiterung, wo man dagegen Monster kämpfen muss und Minions. Wow! Erscheint bei Pegasus-Spiele. Terror Below. Das finde ich sieht sehr interessant aus vom Cover. Erinnert es mich ein bisschen an Dune, das jetzt auch schon vor das Spiel rauskommt. Ende September, wenn man es vorbestellt hat. Deshalb habe ich das jetzt nicht für die Essen-Liste, aber da freue ich mich auch sehr drauf. Terror Below ist auch von Renegade Games. Finde ich von der Thematik sieht es halt cool aus. Wir machen Camping und dann kommen so diese Würmer und greifen uns an und sowas. Wie das dann spielerisch ist, das bleibt dann abzuwarten. The King's Dilemma. Das kommt auf Deutsch bei Heidelbeer Games, auf Englisch Horrible Games. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Heidelbeer es zum Spiel schafft. Hoffentlich. Und ja, Hunter & Cron haben sie jetzt auch rezensiert. Könnt ihr mal reinschauen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, nach der Rezension von Hunter & Cron war ich ein bisschen weniger darauf gehypt, weil irgendwie haben sie halt gesagt, es ist sehr viel Story, aber sehr wenig Spiel. Und das finde ich ist, was zum Beispiel ein Pandemic oder ein Gloomhaven so gut machen, dass die Spiel mit Story so gut miteinander vermischen. Und das ist für mich gutes Storytelling. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich das bei The King's Dilemma nicht kriege. Through the Ages, New Leaders and Wonders, CGE. Und das soll ja auch auf Deutsch kommen. Ich weiß nicht, ob es zum Spiel kommt. Hoffentlich. Ich habe Through the Ages jetzt vor kurzem wieder gespielt. Im Gespielt rede ich darüber. Und es macht einfach richtig viel Spaß. Und ich hoffe, die Erweiterung bringt so ein paar Balancing-Sachen rein, in Sachen Krieg. Und natürlich auch neue Karten. Deshalb freue ich mich da sehr drauf. Das kostet auch gar nicht so viel. 25 Euro. Und hoffentlich auf Deutsch. Hoffentlich. Tiny Towns. Das wird Pegasus machen. Über das Spiel habe ich auch sehr, sehr viel schon gehört. Weil es gibt es auf Englisch schon seit der GenCon, vor der GenCon. Und deshalb bin ich da auch sehr gespannt drauf. So, Tuki von Nextmove Games. Das ist so ein Geschicklichkeitsspiel. Das wird, glaube ich, sogar schon September in den Handel kommen. Aber ich schaue es mir auch erst auf das Spiel an, denke ich mal. So ein Geschicklichkeitsspiel, ganz genau weiß ich nicht mehr. Da müsste ich jetzt Walle fragen, damit sie mehr dazu sagen kann. Ja, und das waren alle Spiele, die ich bis jetzt auf meiner Liste habe. Auf Need. Ich habe bei Tabletop Together das alles zusammengestellt. Es gibt noch mehr Spiele, die ich dann so auf vielleicht, vielleicht nicht und Ignore habe. Es sind bis jetzt 32 Spiele. Und ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ah, Hogwarts Battle kommt auch noch. Ja, bei Cosmos. Das werden wir dann auf dem Event bei der Cosmos alles anspielen. Gut, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht, zu gucken so ein bisschen, worauf ich so gerade heiß bin, welche Brettspiele ich vielleicht auch bald hier vorstellen werde. Könnt ihr gerne mal kommentieren, was das bei euch ist. Vielleicht entdecke ich dann sowas, was ich nicht kenne oder die anderen entdecken sowas, was wir noch nicht kennen. Da können wir uns so ein bisschen austauschen, weil die Spiel ist irgendwann bald und es ist nie früh genug, sich darauf vorzubereiten. Oder? Was sagt ihr? Oder sagt ihr das alles viel zu früh? Okay, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao Christopher von den Brettspielgeeks.